liebe leute willkommen zurück zu einer neuen folge uncharted 4 wir befinden uns mit nate im rossi anwesen im maschinenraum denn wir müssen versuchen den strom abzuschalten los geht's eben waren hier noch zwei italienische freundliche bedienstete die haben jetzt mittlerweile den raum verlassen und wir gucken mal wo wir herunter kommen weiß nicht es wird schon irgendwo runtergehen net kriecht und schleicht diesem drahtgitter boden dahin hier geht es runter okay alles klar da müssen wir rein da habe ich gerade das gesehen was uns vielleicht weiterhilft bestimmt zu alles klar das war abzusehen das ist jetzt die zeit okay dauert aber noch ein moment bis hier in den kasten warte was rave 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 ist hier im moment ist er der höchst bietende dann über biete ich nicht und wenn wir das kreuz nicht kriegen bin ich so gut wie tot und wenn ich den zuschlag kriege sind wir alle tot sali du musst mir mehr zeit verschaffen alles klar ja wir suchen jetzt mal irgendwas dass wir hier reinkommen in den raum möglichkeiten haben wir genug ist da noch was hier nächste box hat er was hat er was ne oder ne hier hat er was modstrom brecheisen los geht's liebe leute wir brechen das schloss auf und schalten den strom im auktionshaus aus achtung und los ok jungs ich bin am schalter bereit so bereit wie noch nie victor sekunde der gentleman liegt 210.000 500.000 machen wir nägel mit köpfen grazie das geburt rave lässt krachen möchte der gentleman erneut hast mir kurz angst gemacht ja echt ein sympathischer der rave licht aus ja der samuel hat sich schon das avery kreuz geschnappt ok wir sind auf der flucht leute licht aus heißt die folge oder der ablittung kapitel los geht's action geladen wir sind auf der flucht aha huah alles klar das kennen wir ja schon oh ich kann nichts machen das ist hier noch so ein kleines tutorial bla 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 ich kenne mich aus passt bin schon weg jetzt mal kurz ok ich bin am überlegen ich weiß nicht wohin ich habe ja keine waffe oder sowas aber ich hüpfe da jetzt einfach mal drauf mal was los alter Oh, 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 oh. Gar nicht gut. Ui, ui, ui. Hoffentlich klappt das alles. Das wird jetzt echt eine haarscharfe Sache. Oh, weg. Geh in Deckung, geh in Deckung, geh in Deckung. Oh, 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 Leute. Ich muss mich kurz mal holen. Das war so gar nicht geplant. Ähm, aber hier scheint es ja doch einigermaßen sicher zu sein. Denkste? Ich brauche mal eine Waffe, verdammte Axt. Da kommt jetzt einer, oder? Nee. Das hätte man dem überwältigen können. Ähm, irgendwas mit Scheinwerfer, hat er gesagt, muss ich hin. Ich sehe keinen. Ähm, oh, Leute. Wo lang? Gehen wir da um die Kurve rum. Wo lang? Da geht es nicht weiter. Dann aufs Vordach zurück. Na, spring, Burschi. Jetzt hat er. Aber jetzt müssen wir aufpassen, da waren es. Genau. Okay, da sind ein Haufen. Jetzt lass schauen. Wir können hier entlang und kommen dann hoffentlich da raus. Das ist nicht so einfach. Im Moment sind wir noch unentdeckt. Ich gehe da außen entlang. Halte ich für ein bisschen sicherer. Durch und da ist die Luft rein. Nach hinten aus die Luft nicht rein. Nutzen Sie hohes Gras, um sich vor Gegnern zu verstecken. Ja, hier können wir jetzt mal einen überwältigen. Zack, den Hammer. Heimlichgriff. Den hat es Teil hier gesegnet. Wir schnappen uns. Nicht dem seine Waffe. Aber dem seine schnappen wir uns. Den Hammer. Oh, leider keine Waffe. Mist. Okay. Dann nach oben. Da sind auch ganz viele, oder? Ne. Was ist da los? Die ersten Protze verlassen die Auktion. Wohlang? Wohin? Überleuchtet es? Schauen wir mal da runter. Da ist einer. Aha. Ich muss... Wohlang, Leute? Leute, wohlang muss ich? Die gehen da lang. Also einigen wir uns mal auf da rüber. Oh, oh, nee. Mein Fehler, mein Fehler. Das wäre ja nun mal anders gelaufen. Okay. Jetzt bleiben wir mal hier. Irgendwie müssen wir da lebend unten ankommen. Aber, ah, hier, guck mal. Hier kann man schön drauf klettern. Hab ich nicht gesehen. Das machen wir mal. Liebe Leute, Nate klettert drauf. Oh, super. Oh, super. In einem Durchgang. Da ist ein Hinweis. Alles klar. Wir müssen da hinten hin. Was soll der Ring da? Check ich nicht. Aber da müssen wir auf jeden Fall hin. Nö, warum noch mal? Da ist der Wald vor die Einfahrt. Okay. Vor die Einfahrt. Und jetzt, ähm, können wir hier... Sollen wir springen oder da lang? Wir probieren es mal mit hier lang. Oh, da ist ein Fenster offen. Das lädt uns ja direkt dazu ein. Perfekt. Alles gut. Gibt's hier irgendwas? Wenig Schätze habe ich bis jetzt gefunden. Anscheinend gibt's hier auch keinen Schatz. Schauen wir nochmal da hin. Nee. Alles klar. Und rausmarschiert. Oh, das Vibe hat uns noch gefehlt. Das macht uns sowas von sicher Schwierigkeiten. Oder holt diesen kleinen Rave. Wirklich? Bezaubernde Frau. Liebe Leute. Der hat doch das Kruzifix gar nicht. Okay, gut. Aber wissen Sie, ich will das nicht tun. Na, dann zeigen Sie mal. Ähm, okay. Wir verprügeln die Frau jetzt. Nicht? Achtung, zack. Oh ja. Leute, ich drücke hier alle Tasten, aber... Ei, 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 ei. Die Tante, die hat ganz schön Power. Ähm... Ähm... Da geht's zur Sache bei der Tante. Da geht's zur Sache bei der Tante. Sorry, aber jetzt... Achtung! Nee, keine Chance. Da kannst du drücken, was du willst. Die dunkelhaarige Trulla, die kriegt man nicht down. Im Gegenteil. Die haut immer noch mehr rein und noch mehr. Ähm... Ich bleib beim Klugscheißer. Okay. Oh, 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 Leute. Hier gibt's richtig Prügel. Einen fiesen Schnitt hat die Tante am Hals. Zack. Jetzt hat... Ei, ei, ei. Na, da haben wir uns mal wieder schön rausgerettet. Ähm... Ähm... Haben wir immer ein bisschen durcheinander, wo es danach hingeht? Da ist das runde Schild. Ich hab ne Knarre. Bis gleich. Boah! Geschafft. Okay, dann... Zum Runden... Das wird ja meinen mit Rundenschild, oder? Wie komm ich da hin? Mit Klettern, oder? Ah ja, okay. Und... Oh, oh, oh. Und... Ich weiß nicht, wo lang. Das... Das geht doch nicht, der Sprung, oder? Ah. Schein schon. Bitte. Oh, okay, alles klar. Wir sind einen Sprung weiter. Jetzt ans... Und das Schild. Jetzt sind wir entdeckt worden. Aber da oben ist der... Sam, der hilft uns jetzt. Hat gesagt, er hat ne Waffe für uns. Die haben wir bestimmt auch gleich. So gleich. So gleich. Okay, alles klar. Jetzt passiert wieder was. Jetzt wird's gut. Und... Wohin? Alles klar? Ja, ich häng nur so rum. Von dir aus komm ich nicht zu dir. Kommst du runter? Ja, ja, glaub schon. Okay. Wir treffen uns in der Ende. Okay. Okay, bis gleich. Ich muss schauen, was zu tun ist. Da drauf, oder? Ne, da passiert nichts. Ich geh unten entlang. So, Leute. Nachdem jetzt hier schon Mordstrom-Schießerei war, geht's bestimmt gleich weiter. Ja, das beginnt ja jetzt schon. Haben wir den? Haben wir den? Haben wir den? Ja. Ist ruhig um den geworden. So. Und wo lang? Meine Herren. Wir sind von da gekommen. Haben den da platt gemacht. Und wo geht's jetzt hin? Da lang? Genau, da ist das Runde. Ja, ich denke mal, wir sind noch richtig. Wir mogeln uns da jetzt mal schön gemütlich durch. Hä? Was gibt denn das für einen Sinn? Balkon ohne Zugang. Moment, liebe Leute. Ein Hinweis. Das ging aber schnell. Stell ich mich schon wieder zu blöd an. Gehen Sie zum Ballsaal. Okay, der Ballsaal ist in die Richtung. Ja, wir gehen einfach zum Ballsaal. Wir machen das, wie der das uns vorschlägt. Eher verwirren mich diese Hinweise, muss ich sagen. Okay. Und wohin? Also, wo war das Schild nochmal? Ja, wir werden schon hier zurechtkommen, irgendwie. Wo lang? Da bin ich ja hergekommen. Ah, hier kann man vielleicht schön runter. Achtung. Ja, das schaut gut aus. Ich muss kurz mal schauen, wo es hingeht. Sagen wir uns da mal ein bisschen ablassen. Kommen wir da ganz runter? Ist hoch, oder? Nee. Oh doch. Das war zu hoch. Okay. Ich wollte mir einfach mal den Weg merken, wo ich auch herkomme. Okay. Hops. Da wieder rauf. Da entlang. Okay. Jetzt. Wohin? Da geht's nicht weiter. Das ist klar. Hier lang. Ha. Jetzt kommt, genau, jetzt kommt der Hinweis schon wieder. Gehen Sie zum Ballsaal. Okay. Machen wir. Können wir. Da wird's schön rauf gehen, aber wir kommen da nicht ganz nach oben. Und wenn ich da runter falle, bin ich hier. Das haben wir auch gerade probiert. Also. Hier. Einmal. Da geht's ein bisschen runter. Zack. Zack. Jetzt dürfte ich ja überleben, oder? Nee, auch nicht. Okay. Also runter geht's einfach nicht. Ist halt so. Jetzt schießen wir wieder die Italiener um. Den haben wir. Ah, okay. Wo kommt er her? Da sind wir auch noch nicht rumgeklettert, glaube ich. Äh, da war mich doch gerade. Da hab ich doch... Nee, doch nicht. Können wir da noch ein Stück höher? Ja. Und aufs Vordach geht es? Nee. Nein, Leute, ich muss das noch... Aber hier. Von hier aus dürfte es ja was werden. Okay, da rauf. Ja, hier waren wir noch nicht. Oder? Nee, hier waren wir noch nicht. Ja, sehr gut. Sehr gut. Sehr gut. Durch Zufall weitergekommen. Das Problem ist, da sind jetzt zwei. Aber den kriege ich ja so down. Den haben wir. Der ist natürlich dumm. Den haben wir auch. Und wir nehmen uns noch ein bisschen Munition mit. Und dann geht's da runter. Achtung, liebe Leute. Achtung, liebe Leute. Ich weiß nicht, wo lang. Da ist eine Mauer. Ah. Oh, cool. Hier. Können wir da nicht springen? Ah, hier rauf. Und den machen wir gleich mit diesem Griff fertig, den Typen. Das haben wir. Okay. Wo lang? Oh, oh. Na, jetzt habe ich was angefangen. Den haben wir. Okay. Okay. Den haben wir. Den haben wir. Cool. Jetzt können wir mal eine andere Waffe mitnehmen. Ich glaube, da lag gerade eine rum. Hammer. Okay. Jetzt haben wir so einen Usi-Verschnitt. So, wo lang? Da geht's nicht weiter, oder? Was ist da unten los? So, wir gucken. Es wird schon noch was werden. Hinweis. Gehen Sie zum Ballsaal. Aha. doch irgendwie da schon runter. Das war mal ein guter Hinweis. Geht da die Tür auf? Nee. Da gibt's garantiert gleich wieder irgendwelche Italiener zum Abschießen. Okay. Wo lang, Leute? Da ist wieder was. Ah. Das Ding. Jetzt unsere Treppe nach oben. Das ist hier gleich die Mega-Überwachung. Der ist schon aufmerksam auf uns geworden. Ah, cool. Jetzt haben wir diese Schnellfeuerwaffe. Da können wir auch mal gucken, wie wir mit der zurechtkommen. Im Moment. Ich sehe überhaupt gar keinen. Verstecken wir uns mal kurz ein bisschen. Oh ja, ich bin fast tot. Ich bin fast tot. Okay. Kurz regenerieren. Ich hoffe, dass aus dem Winkel, der uns nicht trifft. Aber. Nein, leer. Gar nicht gut. Ah, jetzt. Nee, haben wir immer noch nichts, oder? Doch, jetzt haben wir wieder was. So, ich spring jetzt auch immer schnell rauf. Ah, komm, 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 komm. Okay. Und abwarten. Regeneration. Und da ist noch so ein Rotzlöffel, der die ganze Zeit rumballert. Das haben wir auch. Und weiter geht's. Hier kommen wahrscheinlich... Nee, wenn ich hier runtergehe, komme ich ja wieder da an, wo ich gerade hergehüpft bin, oder? Ja. Aha. Macht wenig Sinn, dann wieder runterzugehen. Bleib mal oben. So habe ich dann in die Kiste schieben müssen. Aber manche Sachen, die verstehe ich nicht. Komm, auf geht's. Raus hier. Ja. 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 Wo lang? Wo lang, liebe Leute? Da runter. Und jetzt sind wir wieder da, wo wir waren. Das ist ja bekloppt. Okay. Hier irgendwie? Leute, ich bin schon wieder verwirrt. Also das Spiel verwirrt mich dann doch immer wieder mal. Okay, wir schauen jetzt da noch auf. Vielleicht hier runter, hä? Ah. Aha. Wo lang? Wo lang? Hier rauf? Ah, jetzt ist die Tür offen. Die war vorhin zu. Da sind wir nämlich hergekommen. Sehr gut. Und wo lang? Meine Lieblingsfrage, wo lang? Ah, geil. Hier. Hinweis. Gehen Sie zum Ballsaal? Wissen wir schon. Hier kann man ein bisschen entlangsliden. Indiana Jones mäßig. Oh, Wahnsinn. Hier wird es nochmal richtig funky, liebe Leute. Ja, dann machen wir an dieser Stelle einen kurzen Break. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Wir sehen uns gleich in der nächsten Folge. Danke fürs Reinklicken. Bis zum nächsten Mal.